so ich weiß ja wie sie auf csgo steht die runde ist zwar schon die zweite wie nennt man das gerade hier halt zum beispiel die dritte angreiferrunde für uns ich habe es etwas spätes bemerkt ich kann den aufnehmen und ja hier kommt Und einer auch gleich. Ich weiß überhaupt, siehst du natürlich, reicht gar nix. Ich weiß ja, wie es euch CSGO gefällt. Alter. Haben wir es dann mit den Blendgranaten oder fehlen noch ein paar? Kommt da noch einer? Oh, da hinten ist was los. Das ist der vollste Anonymous. Nö, der ist halt bei uns. So, da werden wir da hinten gleich mal. Hopp mal auf, Jungs. Ich würde ja gern snipen, aber ich seh rein gar nix. Und das ist wohl ich nicht mehr derjenige, der sich über die Sniper aufdreht. Dann scheint frei zu sein. Ich bin immer noch von Jürgen. Ich finde, die können wie geil. Der Tauf ist, kann ich auch mehr. Office kenne ich nicht. Das soll demnächst eigentlich Rang 3 werden. Oh Gott. Ah, das ist Close Quarter Battle oder was? Na hallelujah. Okay, ich weiß ja noch gar nicht, wie da die Laufwege sind. Ja, ich würde gerne raus. Oh oh, ich glaube da ist einer hinter mir. Nö. Ich habe ein Team-Mate. Du. Fuck you. Fuck you. Ich habe jetzt mal die Grafikeinstellung etwas angepasst. Hier ist wirklich alles auf höchst. Also auf, äh. Auf, äh. Auf, äh. Also wie schon gesagt, alles auf, äh, so hoch wie nur geht. Oh. Oh. Oh shit, der ist an der anderen Seite. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ach. Also ich kann all auf den Tüten drauf machen. Okay, der hätt wahrscheinlich nicht mehr viel gefehlt. Der hätt wahrscheinlich nicht mehr viel gefehlt. Oh, ich will gleich was zu essen holen. Ich will den Jasmus, den Sie unter Terrorist's Wind. Damn. Wartem up. 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 rum, aber wer die größte Wummer hat, gewinnt. Könnt ihr, würde ich jetzt behaupten. Ey, wo ist? Warte mal, jetzt will ich sehen, wie viel er gekriegt hat. Er hat gar nichts bekommen. Das ist ein Scherz. Der Typ hat gar keinen Schaden bekommen, oder wie? Das ist ein Scherz, weil der Typ hat richtig kassiert. Ich meine, ich kann das natürlich auch jetzt falsch sehen. Ihr sagt so, hüh, hüh, mach doch gar nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich... Ich lasse mich halt einfach, glaube ich, drauf. Ey, was, Mann, der hat von 10... Der hat von... Der scheiß Türke hat richtig... Er hat von den ganzen... Von allen hier gekriegt... Er kriegt mal den Marker... Er hat dann immer Schaden bekommen, Mann! Das war ein scheiß Hitmarker-System. Das ist echt manchmal ein Scherz. Zack, Türke raus. Du kannst nix. Zack, es ist ein einfach raus. Du kannst dich noch nicht so ganz entscheiden, aber er geht sich, glaube ich, gleich erst mal einen Döner holen. Oder er geht in die Kantine und schmeißt sich gleich erst eine Mikrowelle. Na, was ist? Da können wir uns halt noch einen entscheiden. Ja, erst mal zum Getränkeautomaten gehen. Erst mal Coke ziehen. Und dann mal überlegen, was könnte ich mir jetzt machen? Die Küche ist aber auch schon schön, ne? Das muss man echt mal sagen. Die Küche ist echt schön. Findest du nett? Ja, ich glaube, er findet. Ja. Jetzt haben die Terroristen jetzt gewonnen. Dann haben wir es dann. Es laggt. Oh, Junge, Alter. Ich glaube, er ist gemütlich da drin. Ja, es ist gemäß. Ja, er war gemütlich anscheinend. Ja, also die Ecke ist schon bequem. Sagt auch er. die die eine Knarren in der Bibliothek um auch irgendwas mit richtig viel Rums Ich glaube da ist so ein Ding hier perfekt, dass die was richtig, dass die knallt richtig. Ich ziehe mich zurück. Das ist doch gar nett. Alter hat zwei Schuss gebraucht. Der hat zwei verdammte Schuss gebraucht. Ich glaube das ist das Laufen war oder nicht? Der hat zwei Gegner knallt die Arme. Da ist wieder einer die Ecke ist richtig bequem. Alter, ist das geil. So Ecken können schon gemütlich sein. Habe ich auch oft mit zu kämpfen mit solchen richtig saugut gemütlichen Ecken. So 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 Ecken. ist gemütlich was auf jeden fall sehr bei ihm muss man sagen hat echt geduld erstmal die teammate anschießen so gelob ich mir das alles hier so bequem statt einmal ein bisschen zu laufen da steht meiner er macht sich gerade auf der couch bequem ach nee jetzt muss man doch dann mal in die küche gehen sich was essen und dann wird es irgendwann doch langweilig ich glaube wenn da kein die küche das buttermesser rausgeholt jetzt wird er weg nein das was essen mitnehmen wir sind aber ich sie alter wer leckten hier so welche von euch partners lecken hier so rum die härte mann wenn ihr noch mal einer kommt trotzigen diesmal wird das gar 20 weg er ist echt ein scherz gerade hier leckt einer ungemeinen und crb der der schlechten leitung oder haben wir noch eine kack leitung das ist crb ich wette dahinten hockt noch einer das ist ein scherz ohne kack ich kratze kotzen ohne witz boah man trb geh raus wenn du eh nix machst wenn der sich bewegt dann leckts wie scheiße ich würde macht gar nix ich sei doch die herrlich ist doch die krisenmann wo alle da und wenn ich dieser crb der bringt die gesamte lobby zum lecken ich will dass der crb jetzt rausgeht ohne witz oh ne scheiße das bringt die komplette lobby zum lecken der hat einen ultra hohen ping ich will dass der typ endlich da wenn das jetzt nicht gleich verbeten wird der pink gleich wieder jetzt geht's grad naja jetzt geht's noch mehr wenn sie in dem spack mit nur einmal lecken 300 über 300 milisekunden ich werde jetzt einmal dafür stimmen dass er jetzt endlich rausfliegt hier ist es hier ist es das kunden wie hier bei mir schätzen nachricht ist Y Y Oh, jetzt habe ich das vergessen. Loll, Alter, wie schnell! Warte mal! Ja, klar! Boah, wirsch, Bruder! Ja, da hat er keine Chance. Jetzt verleben wir die ganze Scheiße noch Wetten. Und wie schon gesagt, das mit dem Rauswerfen habe ich nur gemacht, weil der Typ mir die komplette Lobby zum Lecken bringt und ich... Diesmal stirbst du. Fugelk. Ja, klar! Warte mal, wie viel Schuss? Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! Ja, klar! kann es auch die tschets Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich entscheidungsrunde 400 der Penge, Alter! Wieso spielst du CSGO bitte? Das frag ich mich wirklich, wieso spielst du ein... Solch ein Spiel, wenn du einen PING hast... Wenn du einen riesengroßer, riesenlichen PING hast, man. Oh, der ist nicht falsch verstanden. Wichser. Ich warte einfach hier, bis wir kommen. Ich geh erst nicht mal rein, da hockt dieser scheiß Sniper. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich geh hier um die Ecke und bin tot, oder ich geh hier um die Ecke und bin tot. Das geht mal auf den Nerven. Das geht mal. Das geht mal. Das geht mal. Das geht mal. Ja, da steht schon der Nächste rum. Ich bin immer씩ierig. Aber ich habe gerade keine Punkte gekriegt. So, jetzt mal raus hier